Was haben wir heute eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich glaube den 26. haben wir heute. Das kann bestimmt nicht sein. Aber kann natürlich auch sein. 627. weiß ich jetzt nicht. Und ich bring gerade meiner Kröte das Autofahren bei. Mit Riesentheater. Absolut. Aber sie kann es nun mal. Sehr gut. Jetzt schalten wir wieder auf den zweiten. Während der Fahrt. Kupplung kommen lassen. Da musst du ein bisschen Gas geben. Sonst wirkt der zu sehr ab. Sehr gut. Super machst du das. Die Scheibe ist wirklich dreckig. Da kannst du gar nicht richtig rausschauen. Die Sonne ist gerade bescheiden. Bitte? Die Sonne steht gerade bescheiden. Alles gut. Sehr gut. Das machst du super. Du warst ja vorher nur 1. und 2. Gang. Jetzt kannst du schon mal deinen ersten machen. Trotzdem hinterher fahren. Kannst du jetzt gucken. Kannst du komplett kommen lassen. Komplett weg von den Beinen. So genau. Was bedeutet der fährt dann langsam. Du wirst ja keine Gedanken machen. Dass es dann abwirkt. Jetzt bleibst du erstmal stehen. Ob von rechts ein Auto kommt oder so. So. Sehr gut. Sehr gut. So. Fuß vom Kupplung. Ich bin schon links weg. Ja alles gut. Alles gut. So jetzt fahren wir nach Hause. Ja. Dann willst du dich jetzt überholen und danach abwirken. Oder musst du jetzt schon mal Gas geben, dass du jetzt schneller bist. Ja die Wahl, dass du vorbeifährst. Sehr gut. Jetzt hast du den dritten Gang. Das ist natürlich sehr unpassend bis zum Gehtlicht mehr. Weil er ist jetzt viel zu schnell. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du jetzt mit dem dritten dann eben auch da rein kommst. Weil das ist jetzt der zweite. Macht man nicht. So. Das werden wir jetzt jedes mal machen. Bis zum einigermaßen. Nur noch was. Es ist egal welches Fahrzeug es ist. Es ist alles dasselbe. Beim Nix und bist du da mit Mama. Oder ein anderes Auto. Nur dass du einfach verstehst. Jedes Auto. Guck mal. Jetzt hast du so viel Fahrt. Jetzt fahren wir mit dem zweiten. Das ist viel zu viel. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Niklas ist ja auch da. Ja. Habe ich jetzt Gang draußen? Weiß ich nicht. Das musst du selber wissen. Wie ist das denn, wenn der Gang draußen ist? Habe ich dir nicht gezeigt. Doch. Wie macht man das? Wie kontrolliert man das? Das ist der Gang hier? Aha. Genau das. Das ist die erste Bewegung, die man macht. Sehr gut. Super. Das reicht aber schon wieder. Ich habe es überlebt.